johann herzlich willkommen zurück zu einer neuen zu einem neuen fly video und zwar geht es heute darum wir im titel bestimmt schon erkennen konnte schlicht und einfach noch mal um den starten flyer ich habe es einfach durch die gegebene mensch den gegebenen mensch von hydros und morano habe ich zigtausend chance erstellt habe ich mir jetzt einfach welche davon genommen auf morano das ist keine rolle spielt ich werde die chance benutzen also ich habe mir über 100 chance erstellt deswegen auch nummeriert und ich habe mir jetzt sehen wir da 69 ausgesucht einfach nur weil sein doppeltes mimis genauer basically erklärt jetzt oder beziehungsweise sage ich jetzt einfach mal was zum start noch mal weil ich habe darüber schon viele videos gemacht zweimal ohne alles reihe und ich habe auch so noch davon unabhängig ein paar mal sachen zum start gesagt jedes mal wenn ich neu angefangen hat mit einem jahr in videos und auch einmal noch so ein anfänger guide noch zusätzlich also ich glaube ich habe schon oft genug gemacht das ist eigentlich nicht das problem oder nicht der grund es wird jetzt einfach noch mal nachgefragt und es hat sich jetzt seit diesen videos die ich gemacht habe sehr viel geändert das erste video davon von diesen videos die ich da gemacht habe ist bestimmt schon fast fünf jahre her und dann die anderen halt auch schon ein paar jahre und dementsprechend sind jetzt natürlich null aktuell und was echt krass ist also ich habe mir jetzt echt gedanken gemacht ja was muss man denn beim start beachten und das ist halt einfach erschreckend wenig weil früher welche quests mache ich was lohnt sich soll ich jetzt wirklich die komplette reon an questreihe machen weil man kriegt jetzt nicht zu ultra viel gelten paar mius paar wegscrolls paar karten bisschen sets und sowas plus drei und so ein zeug aber das das ist alles weggefallen also wirklich ich habe mir jetzt wirklich gedanken darüber gemacht und ich muss sagen der erste schritt ist schlicht und einfach ich meine man sieht sie schon schön die anlaufstation pinguin könnte man das fast schon nennen man holt sich anfänger buffs und dann holt man sich hier sein equipment ab aktive quest bitte fragezeichen alles klar hat er mich erst beleidigt wahrscheinlich genau die m box schmeißen wir weg und jetzt mehr braucht man quasi gar nicht mehr zum start das ist das essentiell wichtigste was man sich überhaupt holen kann die anfänger support box und genau ich werde jetzt einfach aufmachen dann gehen wir ein bisschen lewin ich werde auch die mps aktivieren und dann sage ich noch mal aufgelistet wie ich so den start vollziehen würde nebenbei spiele ich halt entsprechend ich hätte es auch vorher aufnehmen könnte das hintergrund dem gameplay aber ich denke mal so ist oder keine ahnung ob es besser ist aber für mich ist es einfach so leichter genau am anfang würde ich also ich präferiere das sort das hat einfach dem grund dass er schneller angreift ich bin einfach noch nie so fan von der ex gewesen aber das macht halt bestest es macht also die kann man nicht verkaufen naja schade 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 gut und simon weil die sachen an die wir brauchen nicht dass ich da jetzt aussehen was verkaufe genau perfekt wir leuchten auch das passt ich eigentlich würde es jetzt beim mpc verkaufen aber manche sachen nicht verkauft werden können wir es jetzt nicht so den ganzen unrat hier noch los werden da müssen wir noch unsere anfänger support box aufmachen die ist natürlich die ex behalte erstmal noch aber eigentlich sogar die gab es auch noch nicht nein seit ich das letzte mal so ein video gemacht hat vom start gab es die auch noch nicht also so ein richtiges video über den start jetzt bei der wir irgendwie jemand entweder 20.000 chance eingeloggt oder das ist eine ganze geht also jetzt geht die box noch auf und wie gesagt jetzt einfach zur demonstration zum genauen ablauf oder wie ich es machen würde komme ich gleich also ich würde jetzt vielleicht nicht gleich die box öffnen und starten nur kurz gucken ich habe nämlich mein lied schon bereitgestellt mit level 3 deswegen bin ich auch schon immer in einer party dann brauche ich hier noch angreifen dass ich mir schon runterziehen können aber ist jetzt egal genau das ist immer instant level 2 p server like nicht dass ich sowas wüsste ich spiele keine p server bin ja nicht kriminell genau sonst hänge ich mir gleich noch den legend ran und dann fange ich mal an wobei eine sache habe ich tatsächlich schon vergessen die könnte man noch kurz machen aber eigentlich das ist halt das ding es ist eigentlich irrelevant geworden so gehe ich mit meinem lidsch einfach auch mal in die richtung dann kann ich den bei der brücke oder so dann abpassen na gut dann fange ich jetzt einfach mal also man startete nord flaris und wie man es gerade gesehen hat geht direkt zu den pinguinen holt sich seine anfänger buffs und sein rental peng equip ist der erste schritt ist der logischste schritt ja was willst du anderes machen du musst ja erst mal irgendwas erreichen du hast null penja du hast keine kürb und du hast kein level also was machst du du gehst levin und dafür braucht man eben die buffs und das die quest geht erst ab level 5 ne ok da war was stimmt bis level 5 oder ne doch ich glaube level 5 ist stimmt da kann man auch gar keine quests annehmen die alberts geben mir auf level 4 meine ich auch keine xp mehr oder doch 7 prozent nicht mehr ganz na egal dann vergessen wir das dann habe ich sogar einen denkfehler gehabt okay also eigentlich würde ich jetzt sagen reonan quest komplett irrelevant geworden die lohnt sich einfach nicht mehr weil sie ist erstens mal ziemlich zeitaufwendig vor allem später raus also ich sag mal bis zum ersten der will bis zum ersten set das dürfte das level 15er set sein beziehungsweise vielleicht sogar bis zum level 30er set kann man sie schon machen die quest und sich eben die sets die erweckstreuers was ich vorhin schon genannt habe alles kann man sich schon holen aber es rentiert sich nicht wirklich weil du bist so viel mit questen beschäftigt in der zeit selbst wenn du die empty ist nicht aktiviert bist du erstens mal minimum 20 level höher in der gleichen zeit vielleicht sogar 30 level und hast wahrscheinlich am ende raus sogar 100 mio wenn gutes event läuft oder 200 mio mehr geld also die reonan quest macht heutzutage jetzt einfach keinen sinn mehr tatsächlich auch wenn man komplett gar nichts hat einfach nur weil das equip was du hier geschenkt bekommst ist so heftig jemand man sieht sie habe ich das für gerade gewonnen hätte ne to hit aber to hit wenn klar ich bin jetzt level 5 und davor das fieber glaube ich auch level 5 und jetzt mit der 6 und die vier sind der 6 klar aber ich meine das anfänger gehst du ja nicht direkt zu der wurst wenn du gerade erst komplett neu anfängst das macht ja überhaupt keinen sinn weil was bringt es dir außerdem habe ich jetzt auch ganz tatsächlich gar keine str gestaltet gehabt aber ja das equip ist so heftig dass du brauchst das einfach nicht mehr brauchst kein geld du brauchst keine sicherheiten im sinne von dass du dir irgendwas kaufen muss sondern du hast es einfach geschenkt bekommen beim start und das heißt du kannst das komplett auf die setzt die du bekommst für level 15 für level 30 was ich gerade schon gesagt habe kannst du einfach komplett darauf verzichten weil das was du geschenkt bekommst das reicht bis level 60 theoretisch kannst du das auch noch auf 75 tragen kriegst der level 60 eh besseres zeug das ist ja dann noch mal besser also crazy genau aber jetzt mal weiter die einzige quest die ich noch als halbwegs sinnvoll erachte ist ja die loscher quest wo man den hund yorn heißt er meine ich zurückbringen muss der liegt da hinten bei den grown-up la wulfs da sind wir jetzt eh schon in der nähe und genau deswegen ist es der einzige grund warum ich die quest überhaupt noch annehmen würde weil man eh hinkommt jetzt ist allerdings der denkfehler gewesen du kannst du nicht annehmen wenn du am anfang in der stadt bist und man sieht es ja ich bin jetzt schon level 8 wie gesagt ja ich habe die mps an das beschleunigt das ganze jetzt aber wenn überhaupt mal ums fünffache höhö weil es 500 prozent sind aber ja im endeffekt ist nur eine kleine zeit ersparen es ist halt gut fürs video weil sonst müsste ich jetzt irgendwie eine stunde oder so zocken und dann voll viel zusammenschneiden so geht es dann denke ich mal einfacher abgesehen davon kann man die mps auch einfach benutzt wenn man will man muss ja nicht aufheben genau aber die hühnchen äh die nicht die hühnchen die hündchen quest von loscher wäre halt noch halbwegs sinnvoll weil du kriegst halt instant 15k penja was trotzdem nicht schlecht ist wenn du es einfach so kriegst ohne dass du irgendwie eine quest machen musst du musst ja nur hinlaufen und wieder zurückgehen also wirklich gar nichts machen nur das mit dem annehmen ist ein bisschen problem aber ja das wäre die einzige in flaris dann in sm würde ich noch als halbwegs sinnvoll erachten vielleicht die skript quest wobei ich da auch sagen muss ob sich das wirklich rentiert warum gibt es eigentlich niemand meine sachen auf okay komisch oder nee ach so nein aber meins jahr zu aufgehoben okay ich bin an die charne haben gar nicht gewöhnt egal die skript quest die kennt ihr bestimmt alle die fängt bei dem tantalus theater an kann man glaube ich habe 35 36 37 was annehmen da muss man die steam walker töten und drop dieses skript gibt insgesamt wenn man es auf richtigen level macht auch what the fuck okay nice legs morano message einkommen muss jetzt erstmal chillig hier den berg hochlaufen bug frei versteht sich natürlich ach verdammt falsche seite hoppla mein fehler das gleiche muss jetzt noch einmal anschauen machen auf der anderen seite na komm gibst und da ist sie oben sehr schön weiter what the fuck okay okay das ist natürlich nicht gut entweder macht mein internet gerade schlapp oder what the fuck so heftige port bugs habe ich schon ewig nicht mehr ich bin channel 3 auf morano what the fuck habe ich jetzt nicht erwartet aber weiter im text das und natürlich die hühnchen quest die allseits bekannte die lohnt sich aber nur dann beziehungsweise die beide lohnt sich nur dann wenn du die emplies nicht aktiviert ist wenn du die emplies aktiviert hast vergisst die quest dann vergisst einfach alle quest selbst das mit dem hündchen extra noch mal nach flars gehen und noch mal zu den wolf laufen für 15.000 penja kann man machen ist auch nicht schlecht weil dann kann man sich zumindest mit star candies und sowas schon ein bisschen eindecken food pillen eventuell pfeile whatever okay aber die hühnchen quest die skript quest die sind dann eigentlich auch nicht zeitverschwendung aber du wirst dann in der gleichen zeit safe genauso viel level schaffen und dann kannst du auch einfach leveln weil du wenn dann droppst du noch event items und droppst du waffen und droppst du karten und droppst du monstons und droppst du oris und im endeffekt hast du wahrscheinlich mehr geld und die gleichen xp ungefähr vielleicht sogar ein bisschen weniger aber ich denke ja nicht also ich bin mir ziemlich sicher dass ziemlich genau gleich viel sein sollte in der gleichen zeit und ja lohnt sich dementsprechend auch nicht so wirklich und ja dann haben wir den punkt quests abgeschlossen alles andere spielt keine rolle mehr quest verwaltungs quest wenn man die quest items gesammelt hat kann man es natürlich abgeben klar aber extra quest items sammeln würde ich jetzt auch nicht dann fallen die auch weg und das heißt wirklich punkto quests komplett weggefallen eigentlich von früher früher hätte ich empfohlen kann man die region an quest machen hätte man früher auch nicht machen müssen ein gutes event läuft ist dann auch nicht unbedingt empfohlen hätte ich auch eher gesagt event farmen aber früher war gab es auch mal eine zeit liefen die events zum beispiel da hatte man dann schon eher darauf angewiesen aber ja das ist jetzt und ich glaube tatsächlich ganz gut pumpkin slow nicht mehr relevant alles und dann kommen wir zum punkto ms beziehungsweise weiter zum start ich habe das ganze ein bisschen zu weit ausgeführt fürchte ich wollte es eigentlich kompakter machen also die ms entweder sofort nutzen den char den man dann hochzieht könnte man dann auch wenn man sich selbst denkt die ms sind ja ein bisschen verschwendet wenn ich den charts nur auf keine ahnung level irgendwas zwischen 65 und 80 ziehen einem samstag oder sonntag oder was weiß ich wann ich mal viel zeit habe sonst wird sich natürlich überhaupt nicht rentieren wenn ich nur 40 mal oder so oder wenn man nur 40 macht oder so das daten vergessen kann man es so machen dass man die ms benutzt sich den char hochzieht wie gesagt auf so irgendwas zwischen 60 und 80 und dann fahrt man mit dem charts char events war von irgendwas in astria sachen zum verkaufen einfach farmt sich die ersten paar milliarden an kauft sich etwas sie köpfen ein bisschen schmuck vielleicht ein 4 von 4 dragon set eventuell hat man bis dahin auch einige restkorn oder cruiser oder was weiß ich was das setteile getroppt ein bisschen was erweckt hat er auch schon ein bisschen was zusammen dass man zumindest ein bisschen mit leveln kann plus 3 geupgradet etc und hat dann einfach eine solide basis dass man sich dann einfach einen neuen char stellt zieht den wesentlich schneller auf level 60 ohne amplis beziehungsweise genauso schnell hat dann auch schon eine m der supporten kann das heißt man fängt nicht weder bei null an sondern man hat ein sehr gutes start equip und hat dann aber noch die amplis das heißt den char kannst dann easy auf level 80 90 100 oder so normal ziehen wenn dann xp event kommt machst die mps an bis master und dann kriegst noch mal kleinen damage boost und kannst noch viel besser events und so weiter farmen und die noch mehr geld ansammeln damit du dein equip noch weiter verbessern kannst muss man nicht zu machen man kann auch einfach die mps benutzen und den ersten char gleich als main nehmen also sich quasi gar nicht den umweg über zwei charts machen sondern gleich den ersten behalten kann man natürlich machen gar keine frage oder man kann auch einfach gar nicht die mps benutzen sie sich von anfang an aufsparen aber ich denke mal es geht einfach schneller wenn du den ersten char rusht quasi also einfach wirklich nur mit dem ziel geld 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 grundsätzlich natürlich soll es um spaß gehen ist klar aber ich sage mal so ist es halt am sinnvollsten weil dann ziehst du den char easy schnell auf 60 wie gesagt das machst du ihn zum blade mit dem rental pang equip machst du auch wirklich sehr guten damage beziehungsweise hast du doch einfach einen kleinen hitrate bonus die def ist sehr sehr gut die waffen artikel ist deutlich höher als npc waffen die schlecht die beste npc war für vor level 60 für mercenary hat weniger artikel ist das schwert hier die hat glaube ich irgendwas mit 170 die dolphin axe das ist lächerlich ja also du hast mit level 1 eine level 60er waffe quasi also es ist richtig lächerlich und dementsprechend lächerlich einfach ist es halt auch eben auf 60 zu kommen die rüstung man sieht es ja ich meine klar jetzt die viecher sind nur noch 6 level über mir aber ich meine ich habe noch kein mal wirklich fooden müssen einfach nur weil es keine rolle spielt weil du einfach unbesiegbar bist mit dem zeug das ist richtig 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 krank genau so war jetzt stehen geblieben genau habe ich alles schon gesagt ich habe es muss tatsächlich mal aufgeschrieben sowas mache ich eigentlich nicht was mich im reden dann immer nur verwirrt also ich kann einfach nicht ablesen genau nur habe ich eigentlich alles gesagt das passt dann natürlich was ich vorher schon glaube ich gesagt habe rm direkt mit hochziehen also unabhängig davon was euer erster char wird also ob es jetzt ein farm char wird oder ob es direkt euren main wird ob er ihn mit emplies zieht oder ob ihn ohne emplies zieht vollkommen irrelevant zieht euch auf jeden fall instant ein rm mit hoch einfach nur aus dem grund was ich vorhin gesagt habe damit könnt ihr euch neue charts immer schon supporten selbst wenn er nur der w60 ist selbst wenn er full sta ist ist ja vollkommen egal es geht einfach nur darum dass die buffs max sind ob es jetzt zwei minuten halten oder zehn minuten ist ja vollkommen wurst und ob der support oder der ringmaster eine schnelle magie beschleuniger hat oder so spielt alles keine rolle es geht einfach nur darum dass ihr euch dann selber buffen könnt und wenn ihr euch noch einen neuen char hochzieht neun farmer neuen main oder was auch immer dann habt ihr einfach ein support und das macht wirklich sehr viel aus also man sieht es jetzt hier legend quickstop auf der w20 wird jetzt hier übelst viel bringen die hip hop tatsächlich nicht dass wir jetzt ziemlich justis aber auf jeden fall ecki recki oder accuracy cannonball und beef up und natürlich haste bei text speed nach und war gut 54 prozent ja doch also ich sag mal eigentlich eigentlich basically alles aus der cat's free also alles was ihr schaden oder eben geschwindigkeit hitrate gibt das bringt auf jeden fall einiges und ja erleichtert halt einfach alles genau jetzt sind wir schon level 15 aber ich muss noch den anderen auf level 15 ziehen aber wir werden jetzt eh nicht mehr großartig weitermachen ich werde jetzt wahrscheinlich noch die quest machen aber ich weiß jetzt nicht wie viel sinn das eigentlich noch ergibt jetzt dürfte der fertig sein genau perfekt genau das waren eigentlich so die punkte die ich auf jeden fall erwähnen wollte es ist wirklich eigentlich also das ist das ding warum ich jetzt eigentlich auch das video von selbst aus also ich wurde jetzt gefragt ob ich noch mal so ein video machen kann tatsächlich von einem englischsprachigen zuschauer von mir aus hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht einfach nur weil es wirklich so kinderleicht ist das habe ich auch ein paar mal schon in streams gesagt wenn jemand gefragt hat ja was muss ich beim anfangen ich bin komplett falsch beachten oder kannst du irgendwie ein tipps zum start einfach rental peng equip und fertig es ist wirklich ist es ja die einzige wirkliche frage und das sage ich mal luxus problem die man sich vielleicht noch stellt wann aktiviere ich diese fünf emplies aber ich meine wenn das das einzige problem ist was du als anfänger in einem spiel hast also ich glaube dann hat man keine probleme also ich meine es ist wirklich im vergleich zu früher ist es ja lächerlich ich meine die sagen die einfach fangen an in sechs stunden bis level 80 viel spaß also es ist wirklich es ist wirklich heftig also sechs stunden ist vielleicht ein bisschen untertrieben level 80 ist ja doch nicht ganz so einfach aber also auf jeden fall second job ist sowas von ultra einfach das schafft jeder in ein paar stunden und es ist richtig krass also ich weiß nicht was man da noch für tipps geben muss ihr könnt gerne in die kommentare schreiben dann kann ich es unter dem video noch beantworten wenn ihr noch irgendwelche fragen hättet ich meine die meisten von euch spielen wahrscheinlich schon live oder haben schon gespielt aber also wirklich das ist das es fühlt sich fast schon so an wie so ein auto quest system wo du im endeffekt eigentlich gar nicht mehr wirklich spielst sondern alles für dich gemacht wird das ist so fühlt sich fast schon an von der leichtigkeit her ich meine natürlich spielen muss noch selber aber es ist es ist so simpel das ist unglaublich man sieht es jetzt auch ich habe jetzt nur durch das was ich bisher gemacht habe nur durch die nur ich penja dass ich aufgehoben habe die items die habe ich kann ich hier auf dem anderen schau mal zeigen ich meine das ist jetzt nicht viel die waffen die 15 waffen die dürften so round about 1000 penja schwert sein ja also sag ich mal auf jeden fall 5000 penja hier noch beziehungsweise sie hat er auch wenn ihr aufgehoben was hat locker 5000 penja noch von ihr wenn man braucht meist mercenari doch braucht man okay so wieder wechseln habe ich bei ihr auch noch mal locker 7000 penja oder so das heißt ich habe jetzt schon nach der second nach der first job change habe ich auch meine 15.000 penja quasi zusammen die ich durch die orn quest zum beispiel kommen hätte und bei reonan die fängt glaube ich erst ab okay da müsste ich tatsächlich nachschauen ich habe keine ahnung ob eine reonan quest anfängt könnte sein der will also die erste quest des levels töten aber ich glaube die fängt tatsächlich erst level 15 an können sie uns gleich mal angucken ob wir schon annehmen können naja ich glaube vor level 15 geht es gar nicht auf jeden fall unabhängig davon wann für welches level welche quest wäre einfach ignorieren einfach ignorieren das spielt einfach keine rolle mehr das ist ich weiß nicht ich kann es nicht oft genug sagen es ist echt lächerlich also mir fällt einfach wirklich nichts mehr ein es ist unglaublich aber das noch schnell fertig hier und ich würde sagen noch mal ich feierabend das habe ich schon die 20 minuten geknackt das wollte ich wirklich nicht vor allem weil ich auch noch ein bisschen untertitel dann schreiben soll auf englisch für die wichtigen sachen aber es gibt halt keine wichtigen sachen genau also wie viel hat die jetzt 7.500 jetzt hat sie einfach mal pi mal daumen ich meine gut die hat jetzt natürlich nicht viel wert im inventar oh was die waren 1000 wert aber jetzt wollte ich das bullhemstern verkaufen wir haben sogar eine treasure chest gedroppt nice jetzt die kommt auf fast 10.000 das pet food wäre vielleicht sogar mehr wert gewesen da spielt es ja keine rolle fast 10.000 und die andere alte kommt locker auf 7 8000 also 20.000 penja das würde sogar reichen um sich ein bisschen für level 15 zeug zu kaufen muss man ja aber eben nicht das ist ja das schöne und jetzt würde man einfach so weitermachen du lewisd 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 du musst echt wirklich nichts machen außer leveln keine quest nichts nada niente wer bist auf level 60 job change null problem selbst für deinen fs ist jetzt die job change kein problem du holst dir einfach die gleiche box mit deinem fs auf level 60 oder wann auch immer ist ja vollkommen gerne kannst du hier jeden tag holen ziehst sie an er hat eine gute solide def er hat eine gute solide guten soliden grundschaden ein bisschen genauigkeit reicht absolut dann kann es noch mit dem am easy weniger weniger hat gehen selbst wenn er full int ist war früher auch immer ein bisschen problem aber komplett neu angefangen hat mit full int fs die job change zu machen da muss man sich immer die schilder und sowas über traden und hat dann viel food gekostet und eventuell ist man trotzdem gestorben weil man richter struggle ist jetzt auch überhaupt kein problem mehr und ja also wirklich ist es eigentlich lächerlich also dafür braucht man eigentlich wirklich kein tutorial mehr würde ich fast sagen und ja dementsprechend würde ich hier an dieser stelle um ein lidsch tatsächlich auch mein lidsch o mein gott mein lidsch hat tatsächlich 2 ap rip die wurde gerade beinahe von einem bang gekillt aber ist jetzt egal genau ja ansonsten wie gesagt sollte irgendjemand mal irgendwann eine frage hier zu haben kann auch in sechs monaten sein weil ich werde auf das video hier in meinem stream wahrscheinlich verweisen immer schreibt sie einfach in die kommentare und dann jo vielleicht noch eine kurze theoretische ausführung wie es weitergehen könnte also wie gesagt man levelet und levelet und levelet wird level 60 macht mit beiden chars die job change natürlich mit dem rm bist wahrscheinlich erst ein bisschen später selbst wenn du bei beiden dm desaktiviert hast level 60 egal machst bei beiden die job change level ist sag ich mal auf 65 bis 65 easy bei cranes cranes sind sehr schwache monster die einen relativ guten spawn haben sind eine meiner lieblingsorte früher gewesen zum leveln oder auch garbage spider vorher noch level ist auf level 65 kaufst dir locker flockigen asria ticket das fast nichts kostet dürften aktuell ach so ich bin jetzt auf morano ne wahrscheinlich 10 mio verdammt bin ich gut 9,5 mio auf morano auf devos ist das doppelte ungefähr also ja sehr erschwinglich auf jeden fall unter 30 mio in der regel ähm kaufst dir ein asria ticket gehst mit level 65 vielleicht auch ein bisschen später wenn man sich dann wohler fühlt aber auf jeden fall spätestens auf 70 nach asria und ja dann beginnt quasi asria nation also dann verbringst du eigentlich den rest deiner lebenszeit deiner lebenszeit in asria farms events bis zum geht nicht mehr holst dir so viel geld ran wie du nur kannst und dann fängst du langsam an deine equip aufzubauen ja was am anfang immer gut ist äh was ich vorhin schon gesagt habe 4 von 4 dragon set ist preiswert und lohnenswert es gibt einfach mal 10 crit also für one of one klassen zumindest ähm 10 angluchskraft 10 speed 10 crit rate vor allem die crit rate sind da richtig entscheidend ähm die angluchskraft merkt man wenn man wenig equip hat sehr gering nur aber die geschwindigkeit sind auch nice genau nächster schritt für mich wäre dann wahrscheinlich schmuck also zu dem zeitpunkt sollte man eigentlich schon die ersten vigos demois score necklace und sowas gedroppt haben moonstone sowieso also das sollte man dann eigentlich schon haben wenn nicht manche leute verkaufen kleine demois plus 3 für 1,8 mj weil sie leute verarschen wollen wenn sie denken dass es demois plus 12 ist gibt es leider aber ich sag mal wenn man jemanden freundlichen findet findet man demois für 5 mio vigos für 1,2 mio irgendwo in dem shop kann man sich dann theoretisch auch kaufen weil auf dem level hast du deutlich mehr geld als 1 mio einfach nur durch event drops oder selbst wenn kein event läuft einfach nur durch waffen drops genau dann hast du schon mal zumindest einen grund schmuck ich würde dann halt momentan das schwierig mit der eine ringe aber ich würde dann probieren wirklich zu sparen entweder auf einen der eine ring oder wenn das nicht möglich ist mir irgendwie probieren also natürlich ja verdammt das habe ich vergessen erstmal eine luzakas waffe ganz vergessen beziehungsweise luzakas waffen dann das mit dem schmuck wie gesagt der eine ringe wäre natürlich das erste ziel die sind aber zurzeit recht schwierig zu bekommen weil es jetzt schon so lange nicht mehr gab und die steigen auch stetig im preis das ist ein bisschen ein problem das heißt eventuell würde ich dann sogar gar nichts kaufmann schmuck und erstmal abwarten vielleicht kommt ein event wo es schmuck gibt und so gibt es immer mal wieder dann kann man erstmal den tragen eine weile lang und dann ja einfach sparen 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 und halt immer gucken weil durch gedroppte setteile und so kann man sich ja die ersten setze ich mal ein bisschen selber zusammenstellen und waffen wie gesagt luzakas waffen die kann man locker bis 75 master tragen dann wechselt man einfach auf luzakas crystal kann man bis hero tragen und dann ja also das ist dann soweit in der zukunft ich meine da weiß man dann wahrscheinlich schon selber was man machen muss wenn man soweit gekommen ist genau und ja das waren erstmal so die weiteren also so würde es weitergehen wenn ihr unbedingt wollt kann ich es auch noch in ein video oder vielleicht mal in den stream packen aber ehrlich gesagt ich sehe die notwendigkeit einfach nicht weil ich meine genauso wie ich das jetzt in 5 minuten erklärt habe genauso spielt es sich halt auch das spielt sich runter wie butter also wirklich das ist in der heutigen zeit flyfern zu fangen ist halt gg well played genau und damit wie gesagt falls ihr noch fragen habt in die kommentare ich verabschiede mich jetzt macht's kurz rein vielen vielen dank fürs einschalten bis zum nächsten mal und ciao ciao